Oh shit, ich bin falsch gekommen. So eine Luftquelle habe ich erst mal gemacht. Ich denke, wenn hier unten eine Hülle ist. Ach, da unten ist eine Hülle. Das wusste ich. Oder auch nicht. Oh, what the fuck. Ja, vorher. Gold. Ja, und da rechts ist auch noch gegen ganz viel. Oh, oben schicken. Hier ist eine Menge. Ich mache erst mal hier ein bisschen dichter, damit uns jetzt nicht das ganze Wasser überkommt. Ich baue aber auch Kupfer ab, ne? Das ist... Sora, bist du noch da? Ja. Okay, weil du nichts gesagt hattest. Ja, weil du mir keine Herz-Container gibst. Ja, weil du mir keine Herz-Container gibst. Was hat denn dir gegeben? Na jetzt. Er hatte ihn vorhin noch nicht, du, ne? Ja, ich hatte ihn nicht. Ja, genau. Ach komm, leck mich. Äh, jetzt müssen wir irgendwie noch hoch. Irgendwie? Oh, da ist Silver. Anders sollt ihr vielleicht das Silver holen. Äh, wie kommst du da drauf? Ich bin auf, äh, der Tour. Nein, ich bin nicht ohne Fall. So, und hier oben ist sonst irgendwas? Und wo ist jetzt unser... Weg? Ähm... Oh, ich hab ne Hook! Ernsthaft? Du wärst wirklich ernsthaft. Ja, jetzt ernsthaft. Meine. Wenn du meine, du hast den Spiegel schon. Dann geb ich dir den Spiegel. Wäu ich nicht. Ich brauch ne Hook, weil sonst werde ich hier noch ganz verrückt, Alter. Wenn ich keine Hook habe, könnte ich ausrasten. Jetzt der Hook hört mir. Du hast schon den Spiegel? Nein. Den hat der Markus. Nee, der hat er mir geschenkt. Also das muss Markus sein. Ahahaha. So schnell. Warte mal, gleich mal ganz schnell so ein Luftloch bauen. Ah, Mann. Na toll. Tolles Luftloch. Kann man nicht rein, da ist noch ein Stein. Luft, holen. Luft, holen. Wem gehören jetzt eigentlich das nächste Mana Crystal? Mir. Weil ich hab ja immer einen. Alles deins. Oder hast du schon noch einen Markus? Nein, ich hab irgendwo noch keinen einzigen. Dann Markus und dann alles, der Rest hier. Erstmal. Ja, aber ich hab jetzt mal einen. Ist da unten wieder, äh, was da? Ja, was hier. Mal weiter. Ja, da vier Endsteine runter. Wie geil kam das? Ja, wie geil kam das? Ich dachte grad an, was stirbt der denn jetzt? Dann sehe ich da nicht. Das ist, ne. Ist der nicht? Lass mir irgendwie tauschen oder sowas gehen. Ja. Was ist denn eine Whoopi-Kuschirren-Dingsbums? Mei-Anaui-Assos? Hä? Weiß nicht. Aber ich, äh, Markus, kannst du mal kurz nach links gehen und ein bisschen Holz holen. Es ist nicht ausrüstbar, äh... Ach, das ist ein Forzkissen! Du leckst grad ein Büschel. Ein Forzkissen. Achso, naja. Einer kann mal kurz ein bisschen Holz holen, der hat voll Knorke. Weil dann baue ich das Haus, weil dann haben wir nämlich mal mehr Händler. Wollte ich schon die ganze Flasche anhaben, aber jedes Mal vergessen. Ein Forzkissen. Okay, ähm, äh, Sora, ähm, 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 weiter nach links denn wegen den ich Start holen, oder wie? Ja. Okay. André, willst du mal kurz Holz oder gibst du mir einfach Holz? Ich hab kein Holz. Ich brauchte Holz, ich hab kein Holz. Ich hab auch kein Holz. Markus hat Holz. Holz in ne Kiste? Ja, in, in die Kiste. In der Kiste, hab ich doch gesagt. Oder hab ich die? Nein, ich hab die Kiste gesagt. Mit Absicht. Du willst mich nur verwirren. Gut. Nein, Fackel. Stein, Stein, Stein. André, du didn't bounce. Ja, ich kann nicht bounce, hm? Ja, nüt, auch nüt. Ähm, wann nehmen wir auf? Also, ich hab jetzt noch voll Lust. Ja, ich auch. Oh. Hey André. Hm? Kannst du das da? Guck mal. Jooh. Ahaha. Guck mal. Guck mal. Guck mal. dass es sowas bei Terraria gibt. Man lernt ja nicht aus, ne? Ich? Nein? Ja, klar. Kannst du mir mal die Gravity Potion geben? Ach, ich sollte ja nicht die ganzen Dings einmachen. Markus, kannst du mir die Gravity Potion geben? Gravity Potion, ja. Nur eine? Ja, nur eine. Sag mal, was soll das denn? Nur eine? Hä? Hä? Ich komm gleich wieder. Das ist der Bucher hier, nur eine. Findet Fragen. Das stimmt. Sorry, hatte nicht mehr. Ähm... Ähm, ähm, ähm... Brauchst du irgendwas, irgendein Rüstungsteil? Wüsste nicht, ich wills eigentlich nächste Nacht das Auge machen. Könntest du ja mal für... Gucken, ob wir mit Eisen eine komplette Rüstung für ein oder zwei Leute hinkriegen. Also ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... fünf die fans habe ich ich habe auf und macht das hier was ich habe mehr speed und kritischen schaden er ist ja noch so ein komisches item gefunden aber das ist ein trecker ist dann eigentlich gut für andere mache ich erst mal eine kopfverrüstung der wir ja eh magier sein müssen wir nicht so teuer sein bisschen sparen kann man ruhig bei dir brauchen wir noch einen kupferhelm und bei mir brauchen wir noch kupferhosen so ein kupferköpfchen bitteschön andré packe ich hier weiße was passiert ist falsch hin ist jetzt einen platz zu rechts zwei links war schon wieder haben wie mag ich das item ja bis zur nacht ist ja noch ein bisschen hin jetzt habe ich sex defense ja ich muss jetzt erst mal jetzt hat der arsch mir immer noch keine dings gegeben das haus ist sui tablet das ist gute dass ein ziehbar ist weg weg ich habe ich geholt wo ich im danschen war ich noch mal nach rechts gerannt ja dann auch wenn dynamit oder dynamite wir haben goldenen key ich weiß die frage wurde vorhin schon gestellt aber ich habe nicht hingehört werden habe ich auch irgendwo gefunden das ist sicher dass du nicht hier ist dann habe ich gefunden also die kopfwerps nicht zu sich verarbeiten habe ich schon verstanden erstmals nicht nein dann haben wir so an tränke night old portion da gebe ich dir mal einen ich will nicht um ja scheiße danke irgendwie habe ich davon keinen wirklich nutzen aber danke können wir nach beim boss gebrauchen das war besser sehen wenn ich eigentlich nehme ich noch den trank für mich weil ich dann nämlich noch eine überraschung habe okay dann dann wollte ich dir schon immer was sagen das geschieht warum andere hier unten in der kiste ist für dich eine komplette rüstung wir machen jetzt für nacht ist der big boss moment ich legte jetzt in der kiste wieder was rein der nächste stellen für mich die kiste erst für markus erst kriegt markus und sternen ja ich habe den gerade sogar meiner voll hast ja jetzt ist jetzt kriegt andrea das ist ein mannach voll ist schon mal ein bisschen voller sehen ja weil ich habe nämlich noch ein stern und mir selber weil ich natürlich schön auf die suche gehe man aber bestimmten single player und hat sich irgendwo was geschieht denn ich bin mir dann in den ländersen je wer wer wird belegten ja das ist 1 bis zu meinen mannach von posten da kommen tüten auch kraften und ich würde ihn kraft sind nicht weichen lassen aber diese scheiß habe gern jeder kraft schon bleibt hier in geschlossen Gut, die Blowpipe Ich weiß nicht, mit Samenschießen bringt nicht viel, oder? Nein Neuen Schaden eigentlich Ja, kann man dafür mit dem Boss erstmal gebrauchen Ich habe mir jetzt einen Bogen gemacht, einen goldenen Wie viel Gold habt ihr? Nicht mehr viel 13 oder so Jetzt ernsthaft? Ich glaube, ich fahre jetzt schon die ganze Zeit rum Und habe noch keine Insel gefunden, aber tausende von Harpien Ich würde gerade sagen, pass auf, nicht gleich, dass da gleich der Boss kommt, aber das ist ja nicht Dann ist es noch ein bisschen zu früh Ja, stimmt, da war ja was Ich ebene unten ein bisschen mal Nur ein bisschen André könnte mitmachen Und ein Team Grün reinkommen Oh ja Ach man Warum muss jetzt auch Ohrenkrebs Sorry, hier ist eine Insel Ich habe mich gar voll erschrocken Ich habe ja keine Boots Und wenn ich jetzt voll gegen die Insel gekraft hätte, wäre ich tot Ich habe den Golden Key vergessen Ja Wir müssen nur wissen, wo die Insel ist Ja, dann ist der da Ich habe keine Gravity-Potion mehr Ja, bist du noch auf der Insel, oder was? Warte, warte, warte Ich habe genug Ding dabei Bleib da, wo du jetzt bist Ich baue mich hoch Gute Idee Das ist ne, verdammt guti Ja, aber ein Golden Key Ich habe den trotzdem nicht mitgenommen Ich habe den nicht mitgenommen Ja, ich komme hinterher, Jungs Hoppla Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte, gib mir her Oh, ich hab Ist doch voll viel Eisen Und so Nein, gut, jetzt gib doch mal den Schlüssel her André, ich bin schneller als du Nein Doch Du hängst mir hinterher Nee Genau, 65 Füße Nein Junge Hier ist voll viel Eisen Oder Silber Und ähm Voll viel Gold Jetzt kommst du her Du hängst mir immer noch hinterher Ah, scheiße Niiiung Alfonso Alfonso Niiiung